Kapitel 8 Und es begab sich im sechsten Jahr am fünften Tage des sechsten Monats. Ich saß in meinem Hause, und die Ältesten von Judah saßen vor mir. Da fiel die Hand Gottes des Herrn auf mich. Und ich sah und siehe, da war eine Gestalt wie ein Mann, und abwärts von dem, was wie seine Hüften aussah, war es wie Feuer, aber oberhalb seiner Hüften war ein Glanz zu sehen wie blinkendes Kupfer. Und er streckte etwas wie eine Hand aus und ergriff mich bei dem Haar meines Hauptes. Da führte mich der Geist fort zwischen Himmel und Erde und brachte mich nach Jerusalem in göttlichen Gesichten zu dem Eingang des inneren Tores, das gegen Norden liegt, wo ein Bild stand zum Ärgernis für den Herrn. Und siehe, dort war die Herrlichkeit des Gottes Israels, so wie ich sie in der Ebene gesehen hatte. Und er sprach zu mir. Du Menschenkind, hebe deine Augen auf nach Norden. Und als ich meine Augen aufhob nach Norden, sehe, da stand nördlich vom Tor ein Altar, da, wo es zu dem Bild geht, das für den Herrn ein Ärgernis war. Und er sprach zu mir. Du Menschenkind, siehst du auch, was diese tun? Große Gräuel sind es, die das Haus Israel hier tut, um mich von meinem Heiligtum zu vertreiben. Aber du wirst noch größere Gräuel sehen. Und er führte mich zur Tür des Vorhofes. Da sah ich, und siehe, da war ein Loch in der Wand. Und er sprach zu mir. Du Menschenkind, brich ein Loch durch die Wand. Und als ich ein Loch durch die Wand gebrochen hatte, sehe, da war eine Tür. Und er sprach zu mir. Und er sagte, gehe hinein und schaue die schlimmen Gräuel, die sie hier treiben. Und als ich hineinkam und schaute, sehe, da waren lauter Bilder von Gewürm und scheußlichem Getier und allen Götzen des Hauses Israel ringsumher an den Wänden eingegraben. Davor standen siebzig Männer von den Ältesten des Hauses Israel, und ja Asanya, der Sohn Schaffans, stand mitten unter ihnen. Und ein jeder hatte sein Räuchfass in der Hand, und der Duft einer Wolke von Weihrauch stieg auf. Und er sprach zu mir. Menschenkind, siehst du, was die Ältesten des Hauses Israel tun in der Finsternis, ein jeder in der Kammer seines Götzenbildes? Denn sie sagen, der Herr sieht uns nicht, der Herr hat das Land verlassen. Und er sprach zu mir. Du sollst noch größere Gräuel sehen, die sie tun. Und er führte mich zum Eingang des Tores am Hause des Herrn, das gegen Norden liegt. Und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammus beweinten. Und er sprach zu mir. Menschenkind, siehst du das? Aber du sollst noch größere Gräuel sehen als diese. Und er führte mich in den inneren Vorhof am Hause des Herrn. Und siehe, vor dem Eingang zum Tempel des Herrn, zwischen der Vorhalle und dem Altar, standen etwa fünfundzwanzig Männer, die ihren Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihr Gesicht gegen Osten gewendet hatten und beteten gegen Osten die Sonne an. Und er sprach zu mir. Menschenkind, siehst du das? Ist es dem Hause Juder nicht genug, diese Gräuel hier zu treiben, dass sie auch sonst das ganze Land mit Gewalt und Unrecht erfüllen und mich immer wieder reizen? Und siehe, sie halten sich die Weinrebe an die Nase. Darum will ich auch mit Grimm an ihnen handeln und mein Auge soll ohne Mitleid auf sie blicken. Und ich will nicht gnädig sein. Wenn sie auch mit lauter Stimme mir in die Ohren schreien, will ich sie doch nicht hören.